hier sind vier gegnergruppen und nur eine davon habe ich das gefühl droppt diese dinge endlich ich darf hier nach hause gehen ich nicht bei mir dauert es noch ewig worauf man sich verlassen kann ist der geist der respawn gegner siehst du da ist er wieder hallo schieß stehe ohne ewig rum hier du musst deine zauber aufladen so habt ihr was fallen lassen 1 1 ist nicht genug die welt ist nicht genug die welt besteht aus 1 super das sind krabben die wirklich nicht trickern wahrscheinlich gleich in den arschloch vorbeigelaufen und der triggert sie dann hey nachdem wir der abgegeben haben dürfen wir nochmal dahin echt jetzt hey ohne scheiß ich als zuschauer fuck mich gerade ab dass ich hier nichts anderes machen kann oder dass der spieler hier nichts macht aber ihr seht ja selbst da sind vier gegnergruppen da hinten sind diese arschgeigen von fetteln und lancelots dann gibt es da noch diese wasser dinge trolle und halt diese komischen lontonskrieger hier mit ihren gestohlenen erinnerungen und die gibt es hier nur einmal jetzt gibt es einen hoffen spieler die kurzen prozess machen bei den gegnern droppen die das nicht immer die droppen das nicht immer diese wichser jetzt reicht es mir aber genau ich hasse sowas das sind solche das ist so das an spielen was ich überhaupt nicht mag warten gegner töten heldenhafte begegnung klar krabben in ihren getreiben super genau in dem gebiet wo meine gegner sind es ist eine plage und das spiel sollen 85 punkte gekriegt haben von 100 dass ich nicht lache dann mache ich ja ein besseres spiel aber die sind auch nirgends wo es gibt es gibt gar keine gegner gehören die auch noch dazu olhydra hat mir dieses offenbart dass du stirbst achso du gibst nur einen teil der erinnerung das ist aber nicht von dir danke jetzt brauche ich nur noch eine ja genau krabbenkopf zu mir hallo nicht piksen ich werde euch zerfeilen brauchte vier feilungskräfte und die geben das noch nicht doch meine fresse wichs gegner oder spiele endlich darf ich wieder weg ey ist es auch ich glaube das spiel hätte ich wäre das let's play nicht gerade am laufen was wir machen hätte ich wahrscheinlich nach einer level 60 beendet aber sowas von bis dahin war es noch okay aber alles danach ging bei mir den bach runter dann habe ich wirklich keinen aktiv nerf ich habe hier noch eine heldenhafte begegnung 3 plus empfohlen naja ich bin gleich da ernsthaft du hast noch eine heldenhafte begegnung das ist ja mal ne das ist ja mal was anderes ich habe hier die heizketten der luftatner die man haben soll lass mich raten das finde im gleichen gebiet aus dem ich gerade geflohen bin natürlich am strand da wo wir hin sollen ja warte wird lass uns doch hier kurz auf ihn warten nee ich mach das nicht mach ja nicht nur wegen dem sondern auch noch wegen anderen das ist ja ich will nicht zum dritten mal in diesem scheiß strand das wird den familien meiner gefallenen kameraden viel bedeuten auch nicht der schönste strand also seid gegründet ganz schön krass hier unser kampf gegen gar schattet wir sind hier fremde doch wir sind dankbar für eure die ich grüße euch in der fremde den typen mache ich jetzt nicht ah ja ja verstehe die schicken uns echt zum dritten mal darunter von den kultisten der vernichtenden woge das sind doch dieselben die diese erinnerungsstücke hatten warum muss ich die jetzt nochmal umbringen kann mir irgendeiner der spieleentwickler bitte sagen warum ihr das so gemacht habt das ist doch einfach nur strecken des spiels ganz ehrlich das halte ich nicht für let's play tauglich ich mache jetzt erstmal mein level ab so das geht recht schnell ähm nehme ich das jetzt wenn ihr täglich tägliche kraft wirkt na gut das ist doof ich nehme dieses aufflackern hier dann erhöht sich die dauer des aufflagens nochmal um eine sekunde das ist glaube ich nicht verkehrt ja gesundheitsstärken was denn das nach reingewirken halt ihr verbündete am zielort und gewährt ihnen zudem eine heilung über zeit klingt auch nicht schlecht ne göttlichkeit ihr wirkt nun eine sofortige mächtigere heilung verstärkt gesundheitsstärken verbraucht nun alle stabe wo verbrauchten stabe um 10% ihrer fehlenden trefferpunkte geheilt werden das wäre eine heilung für euch also eine aktiv heilung das ist glaube ich auch nicht verkehrt ne da hast du zerstört was macht was schadensresistenz ja gut das merkt man aber auch dass der schadensresistenz ist ich mache erstmal das aufflackern die späteren level gehen dann praktisch in das oh shit hier in dieses gesunde sonst war die hellen nach späten derken ja doch so talento dann bist du wir sind aber haufenweise kram das kriegst du hier nicht hin oh gut ich hatte nichts rotes mit meinem halken gesehen so gut leute ich möchte euch das nicht zumuten ich gehe jetzt ich mache jetzt offscreen diese sache und wir sehen uns wenn die quest abgeschlossen ist ich glaube kein plötzlich in der küsse frei brauchen wir auch nicht aufnehmen das ist für mich einfach nur affig so bis gleich so willkommen zurück das muss ich euch jetzt mal berichten so ich habe hier gerade was kaputt gemacht also ich habe leider keinen videobeweis Entschuldigung aber die quest innen innen den atemrauben heizkette der luftatmens blablabla besorgen 25 stück ist ja schon heftig viel und arschig aber toll spawn die krabben direkt in meiner nähe was ich aber am arschigsten finde ist dass Kaffalor mir gerade geholfen hat und bairo hier diese kultisten die er immer spawnen worauf ich zwei stunden warte die nächste truppe ist da genau haben die kaputt gemacht und da waren eindeutig zwei er hat einen eingesammelt ich habe einen eingesammelt und ich habe den dritten nicht bekommen so mal gucken da liegt einer ja den habe ich nicht bekommen sammeln wir mal den an der hier liegt macht glaube ich ein anderer für mich da liegen ja schon viele das habe ich es geschafft ja ich habe ich habe keinen davon bekommen ok dann lass mal die Gruppe wieder machen also ich kann jetzt ja keinem einsammeln das ist so arschig ey das macht das so das macht es so sauer das ist eigentlich schon wert das Spiel wieder zu beenden das ist doch voll so ein Programmierfehler dass sie das hier für Programmierfehler ist es wollte es strecken glaube ich nicht weil sonst ist es ja auch so dass das immer für alle gezählt hat oder dass jeder die gleichen gedroppt bekommen hat und dieselbe einsammeln konnte ach keine ahnung die eine Quilion ist längst zu Ende dann gehen wir jetzt halt wir hier zu der Gruppe und dann das wird sowieso die letzte Session das sind übrigens nicht ja ich weiß das sind falsch aber trotzdem kämpfen bringt mir aber nichts oh ne das sind diese Kernkämpfer die müssen hier weg gegen die kämpfe ich nicht das sind diese Inbaukäfer ok die wurden hier gerade schon umgehauen es ist einfach nur Strecken des Spiels und das ist unfair ok ich habe hier Gegner gefunden die sowas machen wenn sie nur einen davon fallen gelassen haben dann wäre das Spiel richtig fies aber uns hintereinander die gleiche Quest zu geben das ist affig hier schnell da liegen noch Sachen also das ist auch bei und wenn ich jeweils einen Kommentar kriege wie wieso das ist doch nicht das gleiche das ist doch nicht die gleiche Quest doch das ist die gleiche ich soll wieder die gleichen Umbringungen kaputt machen und sammeln ich kann aber hoffen zu trinken der Arsch ich kann auch wieder plack gemacht sonst ich glaube ja dass du mir vor den Cursor geflogen bist ich glaube da hinten sehe ich noch ein Item aber da gehe ich jetzt nicht hin ja die Gruppe ist wieder da ja da hinten liegen da auch noch Items glaube ich ah ne ist Feuer da sind noch mehr ja ups so gehen wir zurück boah ey ich bin noch nie so beleidigt worden von dem Spiel nicht mal Elko auf Sol hat es geschafft aber das Spiel ist ich glaube bei EOS haben wir uns glaube ich darauf eingeschossen dass es die ganze Zeit das machen wird aber das Spiel verpackt es auch noch in der Landschaft und macht es damit auf eine aggressive Art und Weise irgendwie ach schlimmer auf die ich das nicht verstehen kann das will mein Gehirn nicht wahrnehmen oder wahrhaben dass dies Spiel das macht was Echo auf Sol schon vorher gemacht hat strecken Quest wiederholen nur halt anders schreiben ich könnte jetzt fünf Stunden dran sitzen und die Quest vorlesen oder lesen lassen aber dann werden wir noch in Anfangsgebiete im Kapitel 1 Seid gegrü- Danke Seid gegrü- Danke Ich grüße euch im Ich danke euch das fühlt sich so seltsam an so auf dem Festland zu gehen das stimmt allerdings das fühlt sich wirklich seltsam an hier auf dem Festland zu gehen jetzt auch nicht die Sonne Seid gegrüßt Oh ne Jetzt müssen wir glaube ich den Gegner besiegen dieser Gar Bössende Ja wahrscheinlich auch wieder da Pfff Wut denn sonst Es geht gar nicht mehr anders hier Schatten vernichten Ich hab die Quest gar nicht Ey ich hab endlich den letzten gefunden Alter Schwede Schattenkehl find ich den ne Der Wasserknoten Du sagtest ein Endgegner aber der Endgegner ist anscheinend gar nicht hier Unsere Artgenossen müssen gewarnt werden diese Küsten zu meiden Hä Ja komisch Was war das Problem? Claim your reward Claim your reward Seid gegrüßt Landgeer Ich mein Naja Da ist doch nichts ein Crushingar Shatterkill Stop the Culls Plan in the water Node Go to the water Node Water Node Das ist doch das große Gebäude dahinten Oder nicht Keine Ahnung Warte mal Wenn wir mal auf K drücken Vielleicht ist das Hinten Warte mal Rabenkleppenstand haben die gesagt Äh So Ne Das ist keine Dungeon Die Pläne des Kultisten am Wasserknoten durchkreuzen Garsha der Kehl Genau Die Küsse der Ertrunkenen Betrete den Wasserknoten auf dem Rabenklippenstrand Das ist genau wieder da unten an der Scheiß Küste Ja Das Und die Sagen es noch nicht mal wo das ist Wisst ihr was? Ja die sagen es aber ich zeig es sich an Wisst ihr was? Vielen Dank fürs Zusehen Bis zum nächsten Mal Ja wo du gerade an vorbeireitest Ist das nicht ein Wasserknoten? Da soll einer sein? Ach die meinen das große Gebäude hier Das ist hier ne Pflanze oder so Wisst ihr das ja Wasserknoten hier? Dann können wir das noch machen Wenn es nicht ist Wenn es nicht ist dann weg Crushing Gar Shatterkill Dann gucken wir doch mal was man hier machen soll Äh Ich werde jetzt die Folge sonst gleich beenden Weil nochmal zum Strand renne ich nicht Also kein viertes Mal Der Grail von Cliff Beach Also wir müssen wirklich Da hängen Okay Dann renne ich wieder zurück zur Hier hin Mach noch ein Segen Und dann Was für eine scheiß Aussage von dem NPC gerade Der vernichtenden Burge sind so wild wie blutrünstige Haie So Vielen oft bis zu sehen Bye bye